Gamey? Ist unser Game Master? Was wollen sie von mir? Ganz ruhig keine Sorgen. Wer sind sie? Ich hab dir doch gesagt, das ist unser Gamey. Du hast recht. Für wen kaufst du doch auf deinen? Ja, Woki. Er hat mich gezwungen einkaufen zu gehen. Er hat etwas gegen mich in der Hand. Deshalb mache ich alles, was er will. Da ist Ayuwoki. Geh lieber, schnell. Warum verfolgen wir die nicht einfach? Dann wissen wir, wo die wohnen. Geh dann einkauf. Geh, 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 geh. Au! Tch, 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 tch. Wuh, na kelo, da ne? Ja, 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 ja. Wie ist es für mich? Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Schau, schau, schau. 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 Oh die Oste, lass mich schlafen. Hallo, hier ist kein Platz mehr in meiner Sonne. Hallo, wie steht es mit Privatsphäre? Ist ein Fremdwort für dich, oder? Ab! Hallo! Hau jetzt ab! Fingerweh! Raus jetzt aus meiner Sonne! Oder ist schlecht, Sir? Mach das Licht aus und die Tür zu! Was soll das? Muss man immer alles selber machen? Nur in der Nacht zusammen! BANG! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR